Guten Morgen! Jetzt fragt ihr euch sicher, warum ist Liana so gut drauf? Ich erzähle euch nämlich heute ein kleines Geheimnis der Stars. Jeder von euch kennt den Ausdruck, Fettpölsterchen schmelzen lassen. Man hält sich an einem Kardioplan, geht joggen, macht Hip-Josser, macht Squats, macht alles mögliche, was geht und trotzdem schwinden die Pfunde an der Füften nicht. I got you. So, denn wir werden heute unsere Fettpölsterchen nicht schmelzen lassen, sondern wir frieren sie einfach rein, schicken sie in den Winterschlaf und sie kommen einfach nie wieder zurück. Jetzt seid ihr wahrscheinlich noch verwirrter als davor. Aber die Methode heißt Kyro, die kannte ich vor knapp eineinhalb Monaten auch nicht. Deshalb werde ich sie euch mal kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Ja, also das Skull-Skyping-Gerät saugt die Fettzellen an, wie man hier sehen kann und gefriert die Sedanda aus einer Schutzschicht über der Haut, dass dir auch wirklich nichts passiert. Also keine Sorge, dass ihr danach irgendwelche Gefrierbrände habt. Ja, jetzt tauchen wir da mal ein bisschen tiefer ein. Die Zellen, die werden dann gefroren und man täuscht halt sozusagen die Absterben vor. Und ja, die sterben dann auch ab und verschwinden dann. Die gute Sache ist, dass einmal abgestorbene Fettzellen nicht wieder zurückkommen. Das heißt, das zieht sich dann im Laufe von drei Monaten bis vier Monaten zurück und taucht dann auch nicht mehr auf. Drei, vier Tage nach der Behandlung kann es zu Schwellungen kommen und die ersten Ergebnisse sieht man nach drei, vier Wochen und Endergebnis nach vier Monaten. Also, let's go! Ich bin jetzt angekommen, warte hier und jetzt geht's gleich los in der Regel, die ich besorgt kriegt. Ich würde sagen, es wird neuer Trend 2021. Eine sexy Behandlung, so habt ihr gesehen. Das sind die Schablonen, die ausgesucht werden, um die perfekte Applikation für deine Behandlung und deine Stände zu finden. Bei mir ist es die Hüfte, dafür wird diese ausgesucht. Jetzt wurde das noch frisch schön angemalt, wie man hier sehen kann. Und das ist die besagte Schutzunterlage unter dem Gerät. Ja, wir haben das jetzt alles angezeichnet, dahinten sieht man schon meine Liege für die nächsten 35 Minuten. Das sind übrigens die Geräte und ich, ja, ich bin ziemlich aufgeregt und ich würde sagen, lass uns mal meine Fettzellen einschrieren. Und? Das ist ja lustig. Lustig, ne? Ganz krass. Es wird kühler. Ja? Das ist jetzt nicht unangenehm. Ne, bis jetzt ist es eigentlich richtig angenehm. Also bis jetzt nicht sehr schön. Nicht wünschen, schlimme wird's nicht. Echt? Sondern nur besser. Das ist alles. So, ich lieg hier immer noch auf meiner Liege beim Wasser. Mega entspannt. Ich bin jetzt 35 Minuten hier. Die kommen jetzt auch gleich, bauen das dann ab. Dann kriege ich mir eine Massage. Eine Massage ginge dazu, dass wirklich alle Zellen davon betroffen sind. Und fertig bin ich. Es war wirklich super entspannt. Ich lag da hinten auf meiner Liege. Ich war am Handy ein bisschen auf TikTok geschaut. Und ja, jetzt packe ich mein Zeug und fahre wieder nach Hause. Und das war's dann auch schon. Und das war's dann auch schon.